In diesem Video geht es um die besten Satellitenschüsseln. Der Qualitätssieger in unserem Satellitenschüssel-Test geht an die Dual-Line Select. Hochwertige Satelliten-Komplettanlage von Dual-Line bestehend aus einer Dual-Line Select 7580 Anthrazit-Satellitenantenne. Hier erhalten Sie eine erstklassige SAT-Anlage von Dual-Line, bestehend aus der mehrfach ausgezeichneten Dual-Line Select 7580 Satellitenantenne und einem nagelneuen Dual-Line Plus Ultra LNB. Mit diesem stabilen und langlebigen Set empfangen Sie Satellitenfernsehen in bester Qualität Full HD 3D und sind auch für zukünftige Standards 4K Ultra HD bestens gerüstet. Beständig gegen Hitze- und Kälte-Rauschmaß 0,1 Dezibel geringe Stromaufnahme. Signalverstärkung 52 bis 65 Dezibel. Hochwertige Resonatoren, extrem rauschahmen Transistoren und ausgefeilten Produktionstechnologie sorgen für beste Bild- und Tonqualität. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Technisat Technitenne 60. Digitale 60 cm SAT-Antenne mit 40 mm Twin-LNB zum einfachen Anschluss von bis zu zwei Receiver oder Fernseher für optimalen SAT-Empfang mit riesiger Programmvielfalt. Mit der integrierten Masthaltung 32 bis 56 mm und der beiliegenden Anleitung ist die Montage der Satellitenschüssel schnell und einfach erledigt. Die stabile Satellitenanlage kann vielseitig am Haus angebracht werden. Sie eignet sich für die Dach- oder Wandmontage oder der Befestigung an einem speziellen Bodenhalter. Der SAT-Spiegel mit LNB ist Ultra HD-kompatibel und liefert stabilen, gestochen scharfen Empfang einer Orbitposition für bis zu zwei Receiver. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Satellitenschüssel-Test ist die Schweiger 135. Das robuste Material der Antenne wurde in einer speziellen Materialverarbeitung zusammengeführt. Das Produkt überzeugt mit Langlebigkeit, Qualität und einer tadellosen Farbverarbeitung. Das Reflektormaterial aus pulverbeschichtetem Stahl sorgt für eine stabile Empfangsleistung in extremen Wetterlagen und somit für ein stressfreies Fernsehen zu jeder Jahreszeit. Die Montage der Antenne erfolgt mit dem mitgelieferten Montagezubehör. Mit der zugehörigen robusten Masthalterung kann das Produkt stabil am geeigneten Montageort angebracht werden. Die Offset-Antenne ist ausgelegt für den Empfang zweier Satellitenpositionen. Die hierzu passende Multifid-Halterung rundet den Zweifachempfang ab und ist ebenfalls im Schweigersortiment erhältlich. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum Schluss. Cottien professionell hin. cause mir die immer möglich ist. Daher Seite 花